Hallo und herzlich willkommen zu Let's Battle, ich hasse euch, Leech of Legends. Wir sind hier zu fünft. Fünf Pre-Mates. Und ja. Und ich hab gefailt, man sieht, ich bin Supporter mit Smite. So muss das. Stark. Ja, ja, professionell. Hättest du es keinem gesagt, wäre es keinem aufgefallen. Oh doch, ja. Doch wohl. Also mir wäre es aufgefallen. Das ist schon ein bisschen offensichtlich. Die Gegner haben dreimal High-Ping. Also, relativ hochping. Relativ. Ja. Eeeh, weh, 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 weh. Äh, top, bot, top, bot, top, bot, äh, bot. Bot. Ich find, also als Jace erstmal frei war, da mochte ich den total. Ja, ich mochte den auch mal total. Jetzt hasse ich ihn wie die Pest, aber ich hab ihn gekauft, also muss ich ihn jetzt auch spielen. Als Gegner haste ich ihn. Ich find, dass Darius mal frei ist. Jetzt ist schon was für so einen Faust. Darius war mal ne Zeit lang frei. Oh, darf ich da wohl rein? Oder töten die mich dann? Oh, ich leb noch. Gott sei Dank. Ficker. Ficker, das ist... Das ist der... ...Jee. Der AfKars. Oh, zinscht. Wer hat zinscht? Ich hab zinscht. Du, oh, du Sack. Die haben alle noch gar nichts gekauft, außer der Sinscht. AfKars. Das sieht man erst, das sieht man erst, wenn die... Ich wollt grad sagen. Ah. Sollen wir da oben ein bisschen protecten gehen? Ist mir noch nie aufgefallen. Das merk ich jetzt erst. Ist ja traurig. Sinscht ist ein Spast. Sinscht. Der Scheiß-Vokabular hier. Ich, warte, 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 ich darf dem ja nicht hinterherrennen. Ich tue es trotzdem, aber das ist sehr schlau. Gib ihm. Hüte ihn. Liebbarweise Liebessaft. Alter, schneid das raus. Alter, das hat ja keiner verantwortlich. Ich mach einfach um 18. Dann passt das. Da hat er noch lieb ausgedrückt. Kommst du? Ja. Ich bin auf dem Weg. And I... 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 First off... Will always... Oh, ich bin ja der Jace. Oh, ich dachte grad, ich bin ja die Jana. Wow. Oh, Junge, bist du ein Spast, Alter. Oh, ich hab's grad irgendwie mit meinem Ex-Vokabular. Deinem Hauptschüler-Niveau hier. Reiß dich mal zusammen. Gymnasium. Gymnasium. Du kannst wahrscheinlich nie mal schreiben, oder? Echt mal, ich kann's ja nie mal schreiben, oder? Oh, schön. Oh, muss ich auch nicht. Wieso hat das Fick... Wieso hat das Fick... Das wäre aber peinlich, wenn du Abi machst. Hallo? Trotzdem, dann werden die anderen Spatens da rausgängsten können. Ja, egal, dann spiel ich nix zu runter, damit. Ja, kannst du machen. Was? Oh, der Farsch. Das war fies. Ja, ich hab ja jetzt die ganzen Level-30er-Spasten da an der Backe. Das ist voll unfair. Ich bin das gut. Sind das drei Leute, Bruno, oder so? Ja, 3,30er, das ist voll kacke. Oh, das ist echt unfair, Bruno. Ich bin auch nicht viel höher. Ja, und? Oh, sorry. Oh, voll vorbeigeschossen, das war schwach. Lautfilos gibt Klatsche. Ne, kriegt Klatsche. Au. Warte. Klatsche bekommen. Oh, hat der ein Glück. Wie das nicht Klatschung ist. Hallo? Hallo, du? Oh, wie ich ziele. Was ist denn hier los? Hast du einen Knick, eine Optik? Ja, ich hab gerade echt einen leichten Knick. Warte. Geht mir eben eine Sekunde. Au. Geht mich doch nicht die ganze Zeit an. Nein, ich hab keinen Mana. Oh, der Fug. Macht dir nichts. Ich hab keinen Mana. Was ist denn das jetzt? Echt ein Mana. Ich werde nicht so rumwurschteln, so mit den Skills hier. Hör auf. Hallo, das ist kalt. Wo? Sehr gut. Nein! Ich hätte einen Pot nehmen sollen. Shit. Naja. Ist nicht so schlimm. Ähm, nennennennennennenn. Wer ist Maika Aad? Wer ist Maika Sass? Maika Aaden. Echt? Maika Aaden, sagt mir auch gar nichts. Ja, auch nicht. Die kommen aus Aurich. Aurich? Ne, der Fug. Äh, ja. Ups. Ups. Also, Marcel Zwinger kennt scheint. Ist toll. Na, egal. Du bist ja doof. Du bist ja ein Arschloch. Warum stehen die hier im Busch, ne, ne? Ne. Sollen wir den ein bisschen damage'n? Ja, ich würd gern, aber ich hab das gefühll ich... Oh Gott. Siehst du, wo ich hinziehe heute? Was ist denn das? Knicknauptik. Ja, das ist ja brutal. Oh, oh. Arschloch. Ich hab keinen Mana, das ist genauso brutal. Oh, pass auf. Ja, ja. Geh doch, geh doch. Jenner ist so total squeegee, das mag ich nicht. Oh. Oh. Naja. Shit. Naja, immerhin ein bisschen angedamaged. Ich hab aber kein Mana, das stresst mich grad ein wenig. Ein ganz bisschen wenig. Geh doch eben weg einfach. Naja, warte. Um. Ja, ich geh mal zurück. Hast ja recht, ist ja gut. Ich geh ja schon. Nein, Mann. Bruno, du bist so schlecht, ne? Eko. Ja. Was? Au. Kann ich euch gar nicht zugucken? Ja. Geil so. Du siehst nur, was vor kurzem passiert ist. Also vor drei Minuten. Du hast drei Minuten Delay. Sonst könntest du uns ja. Sag mal, was das für ihn muss. Recht schlecht zuschauen. Drei Minuten ist der Unterschied. Drei Minuten, ja. Damit du halt nicht sagen kannst, wo die Gegner sind oder sonst was. Ich warte Schlange für zwei Minuten. Oh, ich komm wieder. Ich hasse immer, wenn ich in diesen Staub, in diesen Nebel reingehe. Ja, dass der Nebel das richtig behindert. Oh, du stresst ein bisschen. Du leckst ein bisschen. Ganz ein bisschen. Ich sagte also, fickt euch oder so, dann geht das wieder. Ey, ihr Spasten. Ey, ihr Spasten, das geht wieder. Wieso funktioniert das eigentlich wie eine Beleidigung? Oh, Mist. Oh, da kommt der Dings. Da. Wer ist der Fritze? Nautilus. Komm, es sind nicht klar, Alter. Oh. Nein, Mann. Ja, ich krieg wieder auf die Fresse. Ich glaube, wer das... War das der Dings? Denke, war das vielleicht das Hilko? Nee, Hilko war es nicht. War das Bruno? Ja, wahrscheinlich nicht. Du? Ja? Nee, du warst auch nicht. Ja, warte, ich guck mal. Weiter war das. Ach, Mann, Alter, ja, der war hier auch gerade ein bisschen überflüssig. Nett. Ja, nee, also überflüssig im Sinne von, wir sind hier alle am Zocken, der hat hier ja nicht so... Der konnte sich nicht so gut in den Schick für. Von euch hat er voll so ein 200er ping und so. Ein 200er ping? Ist der gerade ein? Oh, fail, ne? Der zerlegt mich aber verkackt am Tower. So, dann wolltest du unbedingt haben. Hui. Oh, ich glaube, du bist der Germana. Zündest du irgendwie dein Mana an oder was machst du damit? Ich zünde es an, ja. Ich schmess es weg. Ja, immer ich. Immer haut sie, haut sie, immer auf die Schnauze. Aha. Das ist bei euch 4 zu 1ig, oder? Oh. Weitere Ziffe. Wir mussten Ulti da raus hier. Dat war... oh, sie löschen in den Füßen. Hehehe. Sag mal, greifen wir nicht so asozial an hier. Oh, okay. Oh. Wow. Huh? Verdammt, der Kacke. Was ist denn? Das weiß ich auch nicht so genau, was dich danach geholt hat. Vielleicht warst du raus, oder? Ja, aber vielleicht hat so ein Autotech in der geschossen. Ey, wieso magst du die alte Support-Tossi da? Die Jenna? Ja, die Jana ist so, wie heißt sie. Ja, ja, Jenna oder Janna. Kannst du... Kannst du Deutsch oder Englisch auch sprechen? Ähm, nein, ich mag sie nicht. Ich find sie eher gesagt fürchterlich. Da hab ich von Oppo mehr, wo ich gebast. Nur, gerade eben hatte ich keine Zeit mehr und hab hier einfach irgendwas gedrückt. Das war der erste Support, den ich gesehen hab. Oh, 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 oh. War ich jetzt am Tower, oder ist das schon vorbei? Oh, sag mal, Helco. Oh, sag mal. Oh, das war schön, das war sehr schön. Aber hui, bin ich knapp überrascht. Gut, dass das nicht knapp war, ne? Das wär sonst riskant gewesen. Ja, aber das wär, das wär, ne, ne. Ne, das wär so, ne, das wär schlimm. Da bleibt das Herz ja kurz stehen, das wär ja ganz ungesund. Ach Gott, den wer braucht ganz echt, wer braucht schon ein pumpendes Herz. Ne, da geb ich dir recht. Überbewerteter Schnickschnack. Überbewerteter Schnickschnack, du sagst es. Ah, Geronimo. So, wenn wir in die Mitte da kommen, weil die ein bisschen hilfsbedürftig aussah. Ui. Ui. Die, doch, doch, das kann man als Damage bezeichnen. Meine Güte. Die tut ja schon nicht so gut. Nein! Der schmeißt sich, der spasst mich wieder. Oh, ich hab keinen Bock mehr. Ich geh mir die Pulsadern aufs Schnall. Okay, viel Spaß. Komm, aber nicht zu spät zum Essen. Ui. Ui. Nein. Oh, wie ich geslönt bin. Was ist denn das? Nono. Nono, ja. Nono plus Renga. Renga kann ja auch so schön. Gar nicht cool. Gar nicht cool. Ja, es sieht wirklich nicht gut aus, das Spiel. Sie nimmt ja auch je in der Mitte, das verstehe ich nicht ganz. Wow. Nono. Nono. Alles klar, will ich? Ja. Klingt so leicht sterbend. Ja, das könnte hinkommen. Achtung, Dings kommt, ne? Da kommt er, kommt er rein. Oh, 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 oh. Nein, nein, nein. Ach. Oh, Mann. Die ist heftig, die Tussi. Ich meine, gut, ich finde die sowieso, ich meine, nicht OP und dann schreiben wir alle, aber ich weiß nicht. Ich mag so einen Joker nicht. Sind sie jetzt elf Minuten vergangen oder vierzehn? Vierzehn. Vierzehn. Okay. Und der Tauerschrott. Bei mir hängt diese Aufnahmezahl direkt davor und da kann ich das nicht sehen. Irgendwann nicht so genau. Ja, ist ja egal. Ja, nee. War ziemlich schrottig. Das tut mir jetzt wirklich leid. Und das war nicht der Plan. Oh. Schaddi. Meine Güte, was ist los mit dir? Oh, nee. Ich bin ein bisschen krank. Das ist... So ein bisschen kurz, ein kleines bisschen. Ja, ein bisschen. Das ist... Oh, 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 oh. Das, was du immer in den Pausen machst, ne? Ach, jetzt war ich blöde. Oh, nein. Nicht die. Oh, nein. Ja, 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 ja. Ich lebe hier. Oh. Oh, nein. Alter. Am Gift. Ist dieser Sinch scheiße. Ist der behindert. Spastin, ja, ich komme mit dem so nicht klar. Oh. Na, schön. Na, hab ich den abbekommen. Wow. Die will mich aber. Ja. Der mich auch. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. ich habe auch so ein bisschen angst